Was findest du den schlechtesten Schnaps? Also ich hasse Sierra Tequila. Finde ich ganz ekelhaft. Das habe ich noch nie gehabt. Also das ist so dieses typische, du leckst deinen, also was man natürlich früher, was ich total oft gemacht habe, natürlich auch viel zu oft. Du leckst, du machst so Zitrone auf deiner Hand. Wie oft hast du das Wort leckst gesagt? Du machst dann so Salz drauf. Ach so. Dann leckst du das so ab und stürzt so. Das sind diese Flaschen mit diesem kleinen Hütchen. Ja, ja, ja. Das kleine Hütchen von der Flasche ist ja eine Zitronenpresse. Das wissen viele nicht. Ach so, ich dachte immer, es wäre eine Schottmenge umgedreht. Ja, das vielleicht auch. So ein Multifunktionshütchen. Multifunktionshütchen.